Persönliches Logbuch des Commander Ray Pinscher, Sternzeit 3310-1210. Hallo meine lieben Elite Dangerous Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Ray sitzt zur Zeit auf seinem Carrier im System Yoru und möchte dort ein bisschen am Ruf arbeiten, dass er in Kürze hoffentlich eine Einladung von der Partei bekommt, wo er dann endgültig den Ingenieur freischalten kann, um die Friedensstifter Splitterkanonen aufzurüsten. Aber alles der Reihe nach. Schauen wir uns zunächst mal an, wie das hier so ausschaut. Ich hätte gerne Zacharias Nemo freigeschaltet. Das ist ein Ingenieur, den ich selber im Moment noch nicht habe und der hat sein Zuhause im Yoru-System. Um ihn besuchen zu können, braucht man zum einen eine Einladung oder eine Empfehlung von Elvira Martuk. Die dürfte ja bei den meisten schon freigeschaltet sein. Dann müssen wir die Anforderungen erfüllen, nämlich die Einladung von der Party auf Yoru zu bekommen. Das ist dort eine Fraktion, die in diesem System herrscht. Und außerdem sollen wir ihm noch 25 Einheiten Xie-Gefährten mitbringen. Das habe ich in der Zwischenzeit erledigt. Die gibt es hier im Xie-System. Könnt ihr dort direkt am Zen-Doc kaufen. Als ich hingeflogen war vor ein paar Tagen, waren dort 40 Einheiten vorrätig. Und da konnte ich 25 direkt kaufen. Aktuell, wie es ausschaut, sind es nur 18. Aber ich gehe davon aus, dass das auch in einem gewissen zeitlichen Zyklus immer wieder aktualisiert wird. Diese Materialien habe ich mir geholt und sie im Moment in meinem Carrier eingelagert. Und stehe hier mit meiner Python MK2, die ich für diese Zwecke wieder mal ein bisschen umgerüstet habe. Können wir uns ja mal kurz hier anschauen. Ist jetzt gar nicht viel passiert, außer dass ich die Friedenstifter-Splitterkanonen für diese Zwecke jetzt nochmal ausgebaut habe. Und habe sie durch die 3C-Mehrfachgeschütze, Gimbold-Versionen, ersetzt. Das sind alle vier Überladungswaffen mit unterschiedlichen experimentellen Effekten. Unter anderem eine Korrosionsgranate, Hitzesalven und zweimal Autoloader. Die Strahlenlaser einfach gepimpt als Ferndistanzwaffen, einmal mit thermischer Entlastung und einmal mit thermischem Verstärker. Den Rest habe ich so belassen, wie auch in meinen anderen Builds schon vorgestellt. Deswegen gehe ich da jetzt im Moment mal nicht großartig weiter drauf ein. Könnt ihr euch ja dann entsprechend über die Builds anschauen. Soweit zu den vorbereitenden Maßnahmen. Dann gucken wir mal im System nach, wie es ausschaut. Was hier so angesagt ist, ist ja so einiges los. Gibt also schon einige Dinge. Krieg herrscht hier auch. Wir haben ja auch entsprechende Abbaugebiete, nehme ich an. Aber bevor wir uns da direkt mit beschäftigen, würde ich vorschlagen, wir fliegen hier mal auf eine Station. In diesem System gibt es auch keine Stationen, wo man mit großen Schiffen landen kann. Also nur diese mittleren Landeplätze sind in dem Falle erlaubt. Ja und das ist ja auch ganz hier in der Nähe. Dann fliegen wir da einfach mal hin und gucken am schwarzen Brett nach, was wir dort an Aufgaben bekommen können. Kaden Bridge, ok. Kaden Bridge, ok. Tja, ich habe keine Ahnung, was wir dort machen müssten. Ich nehme mal an, dass das so gestaltet ist wie fast immer. Dass wir einfach nur den Ruf entsprechend steigern müssen. Egal durch welche Missionen. Und dann werden wir hoffentlich, wenn der Ruf weit genug gesteigert wurde, eine Einladung bekommen. Und können dann unseren Ingenieur besuchen gehen. Lassen wir uns mal überraschen. Ja eigentlich hatte ich so gedacht, dass wir diese Geschichte hier so ein bisschen im Team erledigen können. Aber leider hat sich keiner für den Teamplay entschieden. Oder auch gar keine Zeit vielleicht. War vielleicht auch ein bisschen kurzfristig von mir angesetzt. Aber naja. Wie heißt das so schön? Aufgehoben oder aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir finden bestimmt auch einen anderen Termin, wo wir das gemeinsam mal erledigen können. Dann versuche ich es halt nochmal alleine heute. So, da haben wir doch unsere Station. Ausnahmsweise mal im Hellen. Gut, das sieht schon mal gut aus. Da haben wir doch schon unseren Landeplatz, nehme ich an. Die drei. Ja, wir müssen natürlich wieder von der anderen Seite ranfliegen. Klare Sache. Fahrwerk raus. Jawohl. Ist ja mit unserem schönen, wendigen Schiff hier überhaupt kein Problem. Okay. Dann schauen wir mal, was uns Caden Reach so anbietet. Schwarzes Brett. Genau, da haben wir doch die Party of You. Das ist also genau die Fraktion, wo wir eine Einladung von brauchen. Ja, gucken wir doch einfach mal bei alle rein hier. Auftrag, Ingenieureinladung, da steht es doch schon. Gesperrt, da Rufvoraussetzungen nicht erfüllt sind. Steht leider auch nicht dabei, was wir da machen sollen. Gut, wir könnten hier mal eine Million spenden. Das wäre schon mal eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es ja auch noch was Besseres. Eigentlich wäre ich durchaus geneigt, mal mich in den Kampf zu stürzen. Und da wäre doch sehr sinnvoll, wenn wir hier den Filter auf die Mission setzen. Töten, Piraten der Fraktionen, okay. 56 Piraten, nee, das ist mir definitiv ein bisschen zu viel, muss ich gestehen. Da bin ich also nicht ganz mit einverstanden. Sonst gibt es leider gar nichts hier zu tun. Das ist schlecht. Was hätte man denn sonst im Angebot? Gucken wir doch mal doch bei alle. Mal schauen. Ja gut, dann machen wir erstmal zwei Spenden. Können wir schon mal machen. Allerdings haben wir jetzt hier auch nicht viel erreicht mit. Das heißt, wir müssen die ja hier noch abgeben, ne? Quatsch. So. Okay. Und weil das so schön war, machen wir das gleich nochmal. So, jetzt sind wir schon mal wohlgesinnt. Na, das reicht noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall wohl freundlich. Ja, viel ist nicht zu machen. Dann können wir höchstens einen Kurierauftrag machen. Wie sieht es mit dem aus? Da gibt es gar keine Rufsteigerung. Dann hätten wir noch ihn hier. Das wäre eine Option. Rufsteigerung. Allerdings nur auf zwei. Da müssen wir zu einem System fliegen. Dann machen wir mal Mission annehmen. Hier sollen wir irgendwas liefern. Überbringen Sie die Ware. Das ist jetzt nicht machbar mit unserem Schiff. Hier hätten wir noch einen Kurierauftrag. Aber hier gibt es keinen Ruf, ne? Nein. Das ist schlecht. Ja, dann bleibt im Moment nichts anderes übrig, als zunächst mal nur diesen einen Auftrag da zu erledigen. Schade. Aber nur gut. Machen wir das. Wie heißt das so schön? Klein Vieh macht auch Mist. Wo sollen wir da hin? Andersen Terminal. Ist ein Sprung weit weg. Dann machen wir das. Stückchen für Stückchen. Schiff vergesetzt. Antriebe aktiviert. Fahrwerk eingefahren. Wird sich ja spannend an. Und vor allem Schiff. Wird aufgeladen. Dann scannen wir mal hier kurz das System ein bisschen. Kennen wir ja wahrscheinlich noch nicht. Okay. Gucken wir auch gleich mal hier rein. Mhm. Da sollen wir also hin. 6.600 Lichtsekunden weit weg. Genau wieder das Richtige für unseren SCÜ-Antrieb. Und Power. Das war doch schon mal ein ganz ordentlicher Sprung mit dem SCÜ-Antrieb. Kleines bisschen durchgestartet. Aber ich sehe gerade, wir werden hier auch als feindlich eingestuft. Ich bin ja immer noch bei Zacharia Hudson gemeldet. Werde mich aber in Kürze wieder für eine andere Macht entscheiden. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wo ich jetzt als nächstes dann mich mit verbünde. Würde auch ganz gerne tatsächlich noch ein bisschen abwarten, bis das Update raus ist. Wo dann ja dieses Mächtespiel im Hintergrund ein bisschen überarbeitet und abgedatet wird. Dann muss man ja glaube ich nicht immer ständig wieder die Macht wechseln, um an diese Spezial-Dinge heranzukommen. Das ist ja eigentlich ein bisschen doof. Denn das sollte ja schon auch machbar sein, wenn man sich mit der einen Macht verbündet und auch da bleibt. So, da sind wir doch schon gleich da. Können wir unseren ersten Auftrag ruckzuck erledigen. Hätte mir für diese Zwecke eventuell mal einen Landekomputer gönnen sollen. Aber man weiß es ja nicht. Ist auch nicht weiter schlimm, denn manuell fliegen macht einfach mehr Spaß. Ist irgendwie authentischer. Und raus geht's. Machen wir mal hier Nachtsicht an. Sehen wir ein bisschen mehr. Okay. Wo ist unser Landeplatz? Ich kann noch nicht erkennen. Also mal ein bisschen das Schiff nach oben bringen. Vielleicht sehen wir da mehr. Ah, ich glaube da hinten, ne? Das ist aber die 1. Das ist nicht unser Landeplatz. Und dann wird er wohl doch wahrscheinlich weiter unten sein. Hm, mal gucken. Wo hat er sich verborgen? Na? Da ist er. Okay. Dann einmal so rum, bitte. Fahrwerk können wir schon mal raus machen. Jo. So. Dann bringen wir mal hier die Informationen hin. und dann nehmen wir natürlich den Ruf. Klare Sache. Das war schon mal eine Sache. Jetzt mache ich mal hier einen kurzen Schnitt. Fliege wieder zurück zu der Station, wo wir den Auftrag angenommen haben. und dann gucke ich nach, was es als Neues gibt. Bis wir soweit sind. Also, bis gleich. Hallo, zurück, meine Freunde. Der Ray war inzwischen sehr fleißig. Hat einige Kurieraufträge erledigt. Auch zwei Warenauslieferungsaufträge, die etwas kompliziert waren. Da komme ich aber nachher noch zu. Und bin nun wieder zurück In meiner wieder umgebauten Python-MK2. Inzwischen habe ich die Splitterkanonen wieder eingebaut und hoffe, dass ich nun, da ich den Status freundlich bei der Hauptfraktion im Juru-System erreicht habe, nun endlich den, ja schon lange ersehnten, Einladungsauftrag für den Ingenieur bekomme. Schauen wir doch mal nach, wie es hier aussieht. Bei der Party auf Juru haben wir den Status freundlich erreicht und ich denke, damit sollte alles klar sein. Und ja, da haben wir eine Ingenieureinladung bekommen, wie ihr seht. Ganz in der Nähe. Das wäre jetzt der Auftrag, der freigeschaltet ist. Und dann gucken wir uns gleich mal an, was wir da machen sollen. Wir sollen Daten nach Meredith Plant im Holos-System liefern. Die Daten werden auf ihrem Computer gespeichert und nehmen keinen Frachtraum ein. Sie erhalten die Belohnung bei Lieferung. Ja, das machen wir doch. Natürlich klare Sache. Und fliegen da direkt mal hin und gucken, was uns das so bringt. Und in der Zwischenzeit erzähle ich euch eine kleine, spannende Geschichte, die mir in der Zwischenzeit, wo ich die Aufträge abgewickelt habe, passiert ist. Es war wieder ein typischer Ray Pinscher, würde ich sagen. Der Ray dachte sich so, ja, vielleicht sollte man neben Kurieraufträgen noch ein paar andere schöne Sachen erledigen, die auch ein bisschen mehr Ruf bringen, statt nur zwei, die es bei den Kurieraufträgen gab. Habe dann einfach mal zwei Warenlieferungsaufträge angenommen. Einer um die 122 Tonnen von irgendwas und der andere noch mal so paar 90. Und ja, habe die Aufträge angenommen, obwohl ich gar kein Schiff der passenden Sorte gerade dabei hatte. Ich war ja hier noch mit meiner Python MK2 unterwegs. War aber jetzt kein Drama. Den Auftrag konnte ich trotzdem annehmen, denn die Waren werden ja zunächst mal auf der Station dort gelagert. Dann bin ich zurückgeflogen zum Carrier, habe mir eben schnell mal eine Python MK1 geschnappt, die genügend Frachtraum für beide Warenlieferungen hatte. Allerdings war sie nicht so top ausgestattet in den Standardmodulen. Sie hatte zwar einen normalen FSA-Antrieb der Stufe 5, aber ungepimpt und auch kein entsprechendes Modul für die weiteren Sprünge. Jetzt muss ich erst mal kurz hier gucken, damit ich nichts falsch mache. Augenblick, wo sollen wir hin? Da sollen wir hin. Okay. Alles klar. Dann machen wir das so. Und der Ray dachte sich so, naja, das ist ja kein Problem. Du musst ja gar nichts groß ausgerüstet haben bei dem Schiff, sondern es reicht ja, wenn du da eben schnell die Ware einlädst, dann bringe ich sie zurück zum Carrier, lager sie dort eben in den Lagerraum des Carriers, rüste das Schiff kurz um und schau mal, wie weit ich damit komme. Ja, gesagt, getan, habe ich dann auch erledigt, habe die Ware zum Carrier gebracht und ja, beim Transfer in den Lagerraum zum Carrier funktionierte das nicht. Ich konnte das zwar angeben, ich konnte das auch komplett erst mal alles rüberschieben, aber in dem Moment, wo ich auf den Knopf Transfer bestätigen gedrückt habe, sprang die Anzeige sofort wieder zurück und der Lagerraum der Python MK1 wurde nicht geleert. Keine Chance. Ich konnte machen, was ich wollte. Auch das Spiel verlassen, neu starten, was auch immer, Warenmarkt aufrufen, nichts half. Heißt also, und das ist ein wirklich interessanter Tipp, denke ich mir, Missionsware, die ihr aufgrund solcher Aufträge auf dem schwarzen Brett bei den Stationen angenommen habt, die könnt ihr nicht umlagern. Und das bedeutet, sobald ihr die im Warenlager des Schiffs habt, könnt ihr auch das Schiff nur dann anderweitig, was die Module angeht, umrüsten, sofern ihr die im Lager liegen habt. Wenn sie allerdings in einem anderen Schiff verbaut sind und ihr das da zunächst ausbauen müsstet, wie bei mir das der Fall gewesen wäre, nämlich der Guardian Frameschiff Booster, den habe ich nur einmal und wollte ihn einfach aus dem anderen Schiff ausbauen und in der anderen wieder neu zurücksetzen, leider nicht möglich. Sofern das neu ausgewählte Schiff nicht genügend Frachtraum hat, damit man das wechseln kann, funktioniert es nicht. Tja, hatte dann zur Folge, dass ich meine beiden Waren Auslieferungsaufträge mit dem Carrier erledigen musste. Ich bin also dann in die jeweiligen Systeme mit dem Carrier gesprungen und habe dann mit meiner Python MK1 die Aufträge abgewickelt. Er hat also unterm Strich wesentlich länger gedauert, als wenn der mal vorher nachgedacht hätte, der Ray. Aber das sind eben so die Kleinigkeiten, mit denen man immer mal wieder bei Elite überrascht wird. Nun, meine Freunde, geben wir doch mal etwas Gas. Wir haben's doch. Mal gucken, ob das okay ist oder ob es schon wieder zu schnell ist. Es könnte reichen, es sieht gut aus. Das war ganz gut. Dann nehmen wir jetzt mal den 75-prozentigen und gucken mal, dass wir hier tatsächlich einen Sternenhafen auf dem Planeten anfliegen müssen. Ist also keine Station. Ja, gestaltet sich alles doch etwas aufwendiger, als ich mir so gedacht habe, denn leider hat die Fraktion keine vernünftigen Kampfaufträge ausgespuckt, außer natürlich so einem fetten, habt ihr ja gesehen, aber da hätte ich 56 Piraten erschießen müssen erst, um einmal ein 5er-Paket für den Ruf zu bekommen. Und das war mir dann doch ein bisschen zu viel. So Einzelaufträge, mal so den einen oder anderen Terroristen killen oder was auch immer, waren leider nicht im Angebot. So, jetzt geht's hier schon wieder los. Jawohl. Hier will einer was von uns. Ja, wir können uns natürlich schon auch darauf einlassen. Warum nicht? Komm, das machen wir doch mal. Warum nicht? Wenn einer unbedingt Ärger will, dann soll er das haben. Ja, und? Was willst du? System-Verteidigungseinheit. Aha. Das ist ja spannend. Das ist aber nicht der, ne? Was ist mit dir? Noch eine. Jawohl. Das sind ja ausschließlich solche. Ich dachte, hier wollte einer sich mal mit mir anlegen auf irgendeine Art und Weise. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Na ja gut. Dann fliegen wir eben weiter. In der Zwischenzeit habe ich ja die Waffen auch schon wieder passend umgerüstet. Hab die Friedenstifter-Splitterkanonen wieder eingebaut. Denn die wollen wir ja dann als nächstes, wenn wir unseren Ingenieur jetzt dann endlich mal freigeschaltet bekommen, als nächstes dann mal vernünftig ausrüsten. Das ist ja genau das Ziel der heutigen Aktion. Und je nachdem, wie viel Zeit noch ist, werde ich vielleicht noch mal einen kleinen, kurzen Test auch machen. Ansonsten hebe ich mir den dann fürs nächste Video auf. So, jetzt müssen wir aber erst mal hier runter. Na, Gott sei Dank haben wir ja mal Tageslicht. Das ist doch auch was Feines. Oh, ja, schön. Meredith Plant. Auch eine Kuriermission. Das ist so ähnlich wahrscheinlich, wie das auch bei diesen Rangaufstiegsmissionen ist, für die jeweiligen Mächte. Da gibt es ja dann auch immer solche entsprechenden Aufträge, wenn man das Level da erreicht hat. so, nun aber, komm, Gleitflug. Jawohl. Direkt drauf zu. Juhu. Was haben wir denn für eine Schwerkraft? 0,5. Ja, ist gar nicht so, gar nicht so wenig, ne? Okay. Landeplatz 8. Jawohl, Dankeschön. Ich gehe mal davon aus, dass das hier drüben der sein wird. Ja. Interessant. Der Starport sieht gut aus. Oh, Lande-Computer haben wir ja nichts. Das müssen wir schon schön manuell machen. So. Einmal angekommen. Prima. Prima. Dann geben wir doch mal hier unsere Daten ab. Okay. Mission beendet. Und dann habe ich doch gerade was gehört von einer eingehenden Nachricht. Sollten wir mal gucken. Ah ja. Da haben wir sie doch. Elvira Matuk unterrichtete mich. Sie seien jemand, mit dem ich meine Kenntnisse teilen könnte. Ich hoffe, das entspricht auch der Wahrheit. Ich hatte in dieser Galaxie schon viel zu oft mit Vorurteilen zu kämpfen, aber vielleicht sind sie ja anders. Mein Standort wurde ihrer Karte hinzugefügt, sodass sie mich orten können. Ja. Das machen wir natürlich. Wenn wir den guten Mann besuchen, dann sollte ich natürlich als erstes mal auch die Ware noch einsammeln und mitnehmen, die er unbedingt benötigt. Denn der gute Mann braucht ja noch 25 Einheiten von diesen Dingen. Die habe ich ja bereits gekauft. Die liegen allerdings tatsächlich im Carrier-Lager, sodass ich nun noch mal kurz zur Poseidon fliegen muss und auch das Schiff noch mal insoweit umrüste, dass ich eine Frachtkapazität von 25 Einheiten einbaue, damit ich, wenn ich ihn besuche, die Dinge gleich dabei habe. Insoweit mache ich hier noch mal wieder einen kurzen Schnitt und sobald ich dann bei ihm bin, schalte ich wieder ein. Also bis gleich. Und wieder zurück auf der Poseidon. Inzwischen habe ich mal eben schnell meinen Schildgenerator, den 6B-Wave, ausgebaut und stattdessen dort ein 5E-Frachtgestell eingebaut, damit ich nun hier auf dem Carrier über das Transfermenü die eingelagerte Ware mitnehmen kann. Das wären diese Einheiten hier, 25 Stück und da ist der Knopf Transfer bestätigen, was leider umgedreht nicht funktioniert hat mit der Ware aus den Lieferaufträgen. Aber hier geht's jetzt, Gott sei Dank. Dann schauen wir noch mal, wo wir eigentlich hin müssen, denn das ist ja hier im gleichen System. Müssten wir ja jetzt einen Eintrag haben. Genau, hier haben wir den und da können wir jetzt mal auf den Planeten runtergucken. Und das ist die Basis unseres Ingenieurs. Die fliegen wir jetzt an und rüsten unsere Waffen aus. Okay, starten. Bin mal gespannt, wie sich das nun verhält, da ich ja auch diesen Ingenieur bis jetzt noch nicht freigeschaltet habe, ob das mit den Rolls, was ja in einem anderen Update mal geändert wurde, jetzt hier auch so gemacht ist, dass man nur einmal für Stufe 1, zweimal für Stufe 2 und so weiter benötigt. Oder ob das erst dann der Fall ist, wenn man wiederum den Ingenieur komplett schon auf Stufe 5 gepimpt bekommt. Das wäre jetzt der nächste Test. Wo ist denn unser Ziel? Naja, klar. Okay. Dann erst mal hier in den Supergoes. und um die Ecke rum das ist ja ein anderer Planet, wo wir hin müssen. So, noch ein bisschen Gas geben. Na, das war natürlich schon mal noch viel zu viel Schild des Guten. Ich vergesse ja immer, was ich für ein schnelles, wahnsinniges Schiff hier habe. Jetzt muss ich allerdings wirklich aufpassen, da ich ja nun kein Schild mehr dabei habe, sollten wir also vorsichtig agieren. Den musste ich ja für den Frachtraum leider opfern. Aber naja. Ich denke, wir werden das schon hinkriegen. Wenn wir Glück haben, befindet sich ja auch mal diese Station auf der Sonnenseite. Aber naja, wie es so ausschaut, wohl dann doch wieder nicht. Machen wir mal Nachtsicht an und schon wieder einer aus von uns. Naja, den wollen wir uns jetzt wirklich schenken. Denn da ich jetzt kein Schild dabei habe, wäre das nicht so schön, wenn wir jetzt hier gleich das Schiff inklusive der Fracht vielleicht noch verlieren. Dann flüchten wir lieber mal. Das habe ich ja auch schon längere Zeit nicht mehr gemacht. Oh, okay. das funktioniert ja Gott sei Dank noch. Gut bewaffnet sind wir ja. Wir hätten natürlich auch einen Kampf machen können. Aber lieber erst mal auf Nummer sicher gehen, denn die Fracht, die ich habe, die muss ich dann oder müsste ich wieder auf speziell diesem Planeten da kaufen. Denn das ist ja so eine besondere Sorte Fracht. müssen wir erst wieder hier rum. Okay. Nun wird schon gelb. Komm, mach. ach. Ah. So, nur aber. Sehen wir wieder gar nichts. Genau das Gegenteil von dem, was ich mir gewünscht habe. Stock hören wir sie denn hier. Jo. Wir haben es vernommen. Ah, Schwerkraft ist auch nicht gerade schlecht. Mit 0,5 steigend geht es da schon ganz schön zur Sache. Gut, dass wir nicht so ein schweres, großes Schiff dabei haben. Denn Lande-Computer habe ich auch keinen. Aber das kennt er ja von mir schon. Na komm. Nun mach. Jo. Valcom, Delacy, Romeo, Alpha, Yankee, Flight Control. Online. Welcome, Commander. Request docking permission. If you wish to land. Dankeschön. Clarence granted. Proceed to landing pad 0,4. 0,4. Okay. Wenn du mir noch mal ein Lichtchen anmachen würdest, wäre ich die auch sehr verbunden. Definitiv. Wo ist denn unser Landeplatz? Hm? Wo ist er? Ich kann immer noch nichts sehen. Sind wir noch zu hoch, oder was? Na ja, irgendeiner von euch muss es doch sein. Ist ja wieder super. Na ja, fliegen wir halt nochmal ein Stückchen. Wir können ja mal die Nachtsicht ausmachen. Vielleicht sehen wir dann mehr. Hallo? Hallo? Da hinten ist irgendwas blaues. Das könnte sein. Vielleicht ist das die vier. Ja, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, ne? Gut. Fahrwerk raus. Jo. Genau. Nehmen wir die hier. So. Okay. Und nur noch vernünftig landen. Dann hätten wir es doch geschafft. Come on. So. Zack. Okay. Bisschen war sie saugt kaputt gegangen. Wie immer. Wie immer schauen wir uns natürlich einen neuen Ingenieur wenigstens einmal direkt an und besuchen ihn. Mal sehen, was er Nettes zu plaudern hat. Da vorne müssen wir hin. Renbody rennen. Na, wenigstens liegen hier nicht irgendwelche komischen Sachen rum oder irgendwelche Platten, die hier nicht festgemacht sind. Machst einen ordentlichen Eindruck. Doch. Naja, gut. Das relativiert sich doch schon wieder. Seien Sie herzlichst gegrüßt. Ja, du auch. Ich bin Zachariah Nemo. Ich habe eine Auswahl Entwürfe erstellt, um die Effektivität verschiedener kinetischer Waffen zu erhöhen. Schauen Sie sie sich gern an, um zu entscheiden, welche davon zu Ihrer Art der Gewaltausübung passen. Das ist gut ausgedrückt zu meiner Art der Gewaltausübung. Okay, da haben wir doch alles, was wir brauchen. Wir sind eingeladen und wir müssen zunächst mal für den Werkstattzugang unsere mitgebrachten Waren spenden. Das machen wir doch. So, damit haben wir alles erledigt und können nun zu unseren Splitterkanonen übergehen. Genau, viermal Friedenstifter. Wir wollten, das schauen wir uns zunächst mal auf Inara nochmal an. Hier haben wir die Geschichten. Fragmentkanonen. Ich wollte folgendes haben, habe ich in der Zwischenzeit geändert, weil beim anderen Mal wusste ich es noch nicht genau. Ich möchte gerne die Überladungswaffe haben, bis Grad 5 und hier, das war leider verkehrt, da hatte ich ursprünglich die Ableitungsmunition ausgewählt. Wir wollen aber die Sperrgranate haben, denn die ist dafür zuständig, dass unter anderem die Reload Time um 50% gesenkt wird und auch für ein paar andere nette Sachen, nämlich speziell gut gegen andere Munition geeignet. So, dann machen wir mal hier die Geschichte auf Überladungswaffe da und benötigen unter anderem Nickel. Das ist ja ein Material, was ich reichlich habe. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit der Grataufrüstung aussieht. Momentan haben wir Grad 1 ein bisschen was. So, okay. Und wie ich das schon mir gedacht habe, dauert das hier. Das ist also nicht mit einmal erledigt. Dann machen wir es doch gleich noch ein bisschen weiter und steigern dadurch auf jeden Fall mal unseren Ruf. Es dauert. Okay. So, jetzt wäre Stufe 2 machbar. Jetzt gehe ich aber erstmal wieder zurück und suche mir die nächste aus und bleibe da auch wieder auf der Überladungswaffe. Denn das ist ja das billigere Material. Mal gespannt, ob das jetzt trotzdem weitergeht. Ja, es wird mir ein blauer Balken angezeigt. Das heißt also, auch wenn ich hier mit Stufe 1 weitermache, kann ich also auf diesem Weg den Ruf hier von dem Ingenieur weiter steigern. Das geht natürlich schneller mit größeren Sprüngen. Sobald ich Stufe 2 und 3 nehme, da ich aber von diesem Material hier genügend habe, will ich das ganz gern erstmal verbrauchen, bis ich zur nächsten Stufe übergehe und insoweit das nutzen kann, um den Ingenieursrang erstmal zu steigern. Danach gelten ja die alten Regeln einmal für eins, zweimal für zwei und so weiter. Mal gucken. Da brauche ich jetzt wieder vier. Okay. Und weil das so schön war, gleich normal. Naja, da haben wir doch unseren Ruf des Ingenieurs auf jeden Fall auf diesem Wege schon mal bis auf mindestens mal drei gesteigert. Das finde ich doch schon mal in Ordnung. Jetzt wird es natürlich immer weniger. Die Sprünge sind immer kleiner. weswegen wir jetzt mal gleich zur nächsten Stufe übergehen. Da brauchen wir halt wieder Nickel und leitfähige Komponenten haben wir aber reichlich. Okay. Zwei. Oh, das geht wirklich langsam. Okay. Was wäre mit Stufe drei? Da brauchen wir wieder Nickel. Na gut. dann müssen wir jetzt erstmal hier so weitermachen. Dann gehen wir wieder nach oben. Beziehungsweise ich will euch damit jetzt nicht langweilen. Ich denke, ich werde die jetzt der Reihe nach so ausrüsten. Mal gucken, wie weit ich mit meinem Material komme. Und wenn ich bei der letzten Aktion angelangt bin, dann melde ich mich noch mal kurz. Bis dann. Tschüss. So, inzwischen bin ich bei der letzten Friedenstifter Kanone angekommen. Die machen wir jetzt noch zusammen. Da fehlt jetzt noch insgesamt die letzte Stufe, die Stufe 5. Und mein Material hat auch gereicht, was man alles so braucht. Wir können ja noch mal kurz hier durch gucken. Wir brauchen bei der Stufe 1 Nickel. Das ist halt ein einfaches Material und das hat sich insoweit auch als gut herausgestellt, alle vier Kanonen zunächst mal mit Stufe 1 komplett durch zu pinten und das Ganze dann auch so weiter nach oben zu treiben, dass wir immer jede Kanone immer mit der niedrigeren Stufe, denn das ist immer etwas günstigeres Material als in der nachfolgenden Stufe, sodass wir dann in relativ kurzer Zeit den Ingenieur auf Stufe 5 hatten und ab da galt dann auch die Regel 1 bis 5 mal 5 und in der letzten Stufe generieren wir das jetzt noch mal da können wir noch mal gucken hier also einmal zweimal einmal viermal und ein letztes mal und dann ist er auch genau bei 100 Prozent so und den experimentellen Effekt den ich auch auf alle gesetzt habe ist in dem Fall die Sperrgranate bei dieser Modifikation des Feuer und Ziel Mechanismus werden die Nachlage Zeiten verringert und die Effektivität gegen Fremdbeschuss vergrößert also insgesamt 50 Prozent schneller und da braucht man halt auch noch mal ein bisschen Material aber wie ihr seht habe ich das auch alles da und dann können wir den auch draus setzen zum Schluss natürlich wenn es irgendwie Sinn ergibt sich diesen Bauplan für die jeweilige Modifikation ist damit ihr dann den auch überall auf den Stationen genauso wie auf dem Carrier zur Verfügung habt ja meine Freunde das war's erstmal für heute bin im Moment jetzt an nichts weiter interessiert war mir ein Vergnügen mach's gut dann setzen uns in unser Schiffchen und überlegen mal was wir beim nächsten Mal Feines mit den neu gepimpten Waffen anstellen können ich denke mal das wird als erstes vielleicht eine Team Geschichte werden denn am Dienstag habe ich mich ja auf jeden Fall schon mal mit Condor verabredet der unbedingt ja auch seine Python MK2 testen wollte und da freue ich mich schon drauf auf jeden Fall mit ihm und wenn er wollt ab 15.30 Dienstag im Chat können wir gerne im Team mal eine Runde kämpfen gehen also macht's gut meine Freunde bis zum nächsten Mal Tschüss